Hör-Verstehen Teil 3 Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56 Liebe Badegäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in Kürze schließen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen und die Liege dieses Zauber zurückkasten. Das Restaurant hat noch weitere zwei Stunden bis 21 Uhr für Sie geöffnet. Wir haben morgen wieder ab 10 Uhr Badebetrieb und freuen uns, wenn Sie uns wieder beheben. Nummer 57 Durchsageflughafen Aufgrund des Streiks der Fluggesellschaft AirMeer möchten wir Sie darauf hinweisen, dass alle Flüge der AirMeer für heute und morgen gestrichen wurden. Da der Andrang am Informationsschalter zu groß ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir zwei weitere Schalter für Sie geöffnet haben. Unsere Mitarbeiterinnen werden Ihnen gerne bei Umbuchungen und weiteren Informationen zur Verfügung stehen. Nummer 58 Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass auf alle Gartenmöbel heute und morgen bis zu 70% Preisnachlass geboten werden. Unsere Gartenmöbelabteilung befindet sich im Erdgeschoss. Informationen zu unseren Angeboten finden Sie zusätzlich auf den Informationsblättern am Schalter. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nummer 59 Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Mode, Kidsdesign, Bikes and Boards, Food und Delikatessen von nationalen und internationalen Nachwuchsdesignern, Independent Labels, Kleinproduzenten und Junggastronomen. Das alles und noch viel mehr gibt es auf rund 4000 Quadratmetern beim Schickmarkt, dem Bregenzer Festival für Kunst und Design im Herzen von Vorarlberg. Der Schickmarkt öffnet seine Pforten am Freitag ab 14 Uhr. Alle sind herzlichst eingeladen. Nummer 60 Achtung, Achtung, Bahnsteig 4a. Aufgrund eines technischen Gebrechens des Intercity Alpenwelt verzögert sich die Abfahrt nach Bregenz um derzeit 35 Minuten. Eine Ausweichmöglichkeit bietet Ihnen der Regionalzug 354 vom Bahnsteig 6. Der Regionalzug fährt in 10 Minuten ab. Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine gute Weiterreise. Ende des Tests Hörverstehen Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.